yo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute habe ich mal aber black screen gemacht weil ich was mit euch bereden möchte und zwar ist sind ja schon seit ungefähr sechs bis ein sieben tagen kein video mehr gekommen das auch aus guten gründen persönlichen gründen oder auch schulischen gründen und es werden demnächst auch weitere videos kommen von fortnite star wars battle 2 star wars battle 1 vielleicht sogar auch noch world of tanks je nachdem wie darauf ich bock habe was zu spielen und ich entschuldige mich noch mal dafür dass die videos nicht so oft gekommen sind ich habe ja gesagt dass ich jeden zweiten tag ein video mache dafür entschuldige ich mich noch mal und ich hoffe ihr werdet meine videos wieder mal schauen und ich freue mich auf den neuen abonnent da jetzt 20 abonnenten habe ich auch noch zehn abonnenten leute bis den bis neues jahr 2019 bis zum neuen jahr 2019 und wer falls ihr das video abonniert bitte wenn ihr schon getan hat ist gut aber falls ihr das video seht abonniert bitte und vielleicht mache ich auch noch mal morgen ein live stream ich auf jeden fall machen und da wenn ich auch noch mal was davon ansprechen also wie gesagt demnächst werden noch mal videos kommen könnt euch darauf freuen und ja dann sehen wir uns beim nächsten video ciao